ich vermisse die wüste ich vermisse das meer und ich vermisse es jeden morgen aufzuwachen und mich zu fragen welch wunderbare abenteuer der neue tag uns bringen wird ab wie 40er jahre diese tage gehören der vergangenheit an vielleicht vielleicht auch nicht ich glaube nicht an magie aber ein paar mal in meinem leben habe ich dinge gesehen unerklärliche dinge mir wurde klar dass es nicht so sehr darauf ankommt woran man glaubt sondern wie fest man daran glaubt ich bin ihr partner zurück mit euch ja für das sah echt gut aus also die machen wohl anscheinend zur vergangenheit und gegenwart so ein übergang gut twitter hat mich eigentlich ganz gut gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal was auch immer ich mache bis dahin so so so